Ja, wo ist dein Kumpel? Wo hat sich dein Kumpel versteckt? Da oben. Komm her. Hallo. Da ist Nummer zwei, ne? Hallo. Komm her. Alles ist gut. Komm. So. Da seid ihr beiden, ne? Alles gut mit euch? Alles gut mit euch beiden? So, alles ist gut, ne? Rüßt ein bisschen näher zusammen. Und wird der Schnabel langsam roter. Wirst du langsam ein Zebrafink, du? So. Wirst du langsam ein Zebrafink, du? Alles gut mit dir? Du. Deine Nase, du? So, alles gut, ne? Hm? Ihr beide seid auch bald im Geschäft, ne? So. Ja, ihr beide seid auch bald abzugeben, ne? Aber noch seh ich euch nicht fressen, ne? Noch seh ich euch nicht fressen, ne? Immer noch am Betteln, ne? So. Ihr faulen Säcke, ihr. Hm? Ihr faulen Säcke, ne? Ihr lasst uns lieber futtern, als jetzt zu fressen. Hm? Okay. Und tschüss. 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 Vielen Dank.